Wer ist jetzt das Weichein? Leg mal den Turbo ein! Hey, hol den mal wieder runter! Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das hier etwa die Häschenschule? Euch gibt's wirklich? Also bitte! Frei nach dem gleichnamigen Kinderbuch-Klassiker Macht ihr denn überhaupt keinen Sport in der Stadt? Reiten, Fliegen, coolen Sport halt, nicht so komisches Zeug wie... Das ist der Übungsparcours für die Osterhausen-Prüfung Toll, oder? Nicht übel Jetzt kommt das Allerbeste, der Verschwindibus Wahnsinn! Das große Kinoabenteuer beginnt Ist das echt aus Gold? Das Ei verleiht uns Kraft gegen die Füchse Wird es Max und seinen Freunden gelingen, Ostern zu rücken? Diese Lausebengel soll uns eine Hilfe sein? Ja! Wenn die Füchse das Ei klauen, gibt es keine Osterhasen mehr Die Häschenschule jagt nach dem goldenen Ei Sie werden es nicht kriegen Ja, ich bin hier zuhause 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 Ja, ich bin hier zuhause